Nasdaq, die größte elektronische Börse in den USA, hat im Jahr 2007 NTD aus ihrem Studio am Times Square ausgeschlossen. Nun gibt Wikileaks Einblick hinter die Kulissen. Vor fünf Jahren sendete NTD täglich Finanzberichte aus dem Nasdaq-Studio am Times Square in New York. Im Februar 2007 musste NTD jedoch das Studio verlassen und konnte bis heute nicht mehr zurückkehren. Eine am 30. August letzten Jahres durch Wikileaks veröffentlichte Depesche könnte nun die Hintergründe beleuchten, warum NTD durch Nasdaq ausgeschlossen wurde. In der Depesche steht, am Morgen des 26. Januars verhafteten chinesische Sicherheitsbeamte den Amerikaner Lawrence Pan, Hauptverantwortlicher von Nasdaq in China, und befragten ihn zu Nasdaqs angeblicher Unterstützung von Falun Gong Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. NTD berichtet seit seiner Gründung 2001 fortlaufend über die Verfolgung von Falun Gong durch das chinesische Regime und andere heikle Menschenrechtsprobleme in China. Der Vizepräsident von NTD, Samuel Zhou, sagte in einem Interview mit die Epoch Times, Er meinte damit die Berichterstattung über die Verfolgung von Falun Gong. Eine Verfolgung, die seit 1999 über 3000 Menschenleben gekostet hat. Doch dies war noch nicht alles. Weiter heisst es, Pan habe nach seiner Entlassung den Nasdaq-Direktor für den Asien-Pazifik-Raum, James Ogilvy Stewart, wie folgt informiert. Um seine Freilassung sicherzustellen, habe er sich gegenüber den chinesischen Behörden verbirgt, dass Nasdaq, der Falun Gong-assoziierten Fernsehstation New Tang Dynasty News, nicht länger erlauben werde, vom Hauptsitz der Börse in New York über Nasdaq zu berichten. Nicht mal einen Monat später wurde NTD die Akkreditierung für die Nasdaq-Studios entzogen. NTD steht seit Jahren aufgrund seiner unzensierten Berichterstattung nach China unter Druck. 2008 stellte der französische Satellitenbetreiber Eutelsat die Ausstrahlung von NTD nach China ein. Laut einer Untersuchung durch Reporter ohne Grenzen habe sich Eutelsat dem Druck des chinesischen Regimes gebeugt. NTD-Vizepräsident Samuel Zhou findet es bedauerlich, sollte Nasdaq ebenfalls solchem Druck nachgegeben haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017